Guten Morgen! Hallo, herzlich willkommen in Hamburg, da bin ich nämlich gerade, im Hotel. Ich fahre jetzt ins Studio, nehme euch mit. Vorher fahren wir noch beim Schmuckmännchen vorbei, Anhänger abholen und kommt einfach mit. Guckt euch das mal an. Tja, Gott sei Dank sitze ich jetzt im Taxi, weil es ist völlig klar, wenn ich in Hamburg bin, regnet es. Grundsätzlich. So ein Scheißlatter, wie immer. Jetzt aber zum Schmuckmännchen. Der heißt im Übrigen gar nicht Schmuckmännchen, sondern Nil und das ist ein sehr, sehr netter Perl. Hat genau dort seinen Laden. Hallo, hallo, Nil. So, würde er ausgehen. Wow, das ist cool. Das ist schön. So will ich den haben. Danke für dich. Schön, da freue ich mich total drauf. See you. Tipp dem Vielen Dank.